Traurige Nachrichten aus der Anime-Welt. Die Manga Kanami Sano ist im zarten Alter von 36 Jahren verstorben. Sano war vor allem für ihre Manga-Reihe Hu Sakamoto bekannt, die hierzulande von Egmont in vier Bänden verlegt wurde. Der Manga bzw. der Anime handelt von einem Schüler namens Sakamoto, der für seine Beliebtheit bekannt ist. Leider zieht er schulraudigst an, die versuchen, sein Leben zur Hölle zu machen. Doch Sakamoto bleibt immer cool und unbeeindruckt. Sano-san, hohe in Frieden.